Vom Bruch der Ordnung Seitdem Mardar aus Stolz und Unverstand die Sphären durchbrach und die Welt erschütterte, ist die Ordnung des Kosmos unvollkommen. In den ehrenen Bollwerken der Sphären taten sich Risse auf, was vom Anbeginn der Zeit bis ans Ende der Welt getrennt sein sollte, vermischte sich, und eine unheilbringende Kraft, Sternenmacht oder Astralenergie geheißen, drang in die dritte Sphäre ein. Nicht genug, dass dieser Frevel die Harmonie der Schöpfung störte. Die Astralkraft befleckte auch die Seelen mancher Sterblicher, verband sich mit ihnen und belegte sie mit einem Fluch, den nur der durch Stolz und Unverstand verblendete eine Gabe nennen mag. Mardar vermeinte, den Sterblichen die Möglichkeit zu geben, ihr Schicksal selbst zu lenken. Doch was sie über die Welt brachte, war ein Weg, sich gegen die Weltordnung aufzulehnen, eine Waffe die bereits rissige Ordnung weiter zu schwächen, eine falsche Hoffnung für verderbte Seelen sich selbst den Göttern gleich zu machen. Verflucht sei die Frevelin und ihre schändliche Tat, für die die Götter sie auf alle Zeit in einen Kerker am Himmel banden, von dem aus sie auf die Welt herabblickt, um die Folgen ihrer Torheit zu beklagen. Was aber nun durch Frevel in die Welt kam, daraus kann nichts Gutes erwachsen. Wieder und wieder haben verderbte Zauberwirker unsägliches Leid über die Welt gebracht. Zweimal entfesselten Herrscher die Macht der Erzdämonen, um sie gegen ihre Feinde zu richten. Und jedes Mal war die Folge Verwüstung, Finsternis und Tod. Ein drittes Mal tat der zwölffach verfluchte Betania es ihnen gleich. Und noch heute schreit das Land und weint der Himmel, wo sein verdorbener Schatten die Welt berührte. Wahrlich, für die Ordnung der Welt wäre es am besten, alle Magie und jeden, der sich mit ihr beschäftigt, vom Antlitz deres zu tilgen. Einen ganzen Tag lang seid ihr gereist. Von Jilas Khan auf der anderen Seite, Pryos Dank in Richtung Norden gereist. An Atlas Khan vorbei, die Küsten abgesucht, Jandras Khan. Einmal die Inseln umkreist und auf der anderen Seite wieder zurück nach Süden. Doch die beiden Inseln sind leer und verlassen. Keine weiteren Schiffe oder Boote, die sich dort ankündigen. Wo auch immer die Pryoten hingefahren sind mit ihrem kleinen Ruderboot. Es wäre mühselig, die Inseln abzusuchen. Wüsst ihr doch nicht, wo ihr hin müsst. So, nach einem Tag der Reise bleibt euch nur noch Jilas Khan. Und eine Recherche mit der örtlichen Pryokratie. Vor euch könnt ihr das erste Patrouillenschiff erkennen. Und den kleinen, nicht ausgebauten Hafen von Pryos Dank. Was wollt ihr tun? Ein enttäuschendes Ergebnis. Ja, das war eher nicht so erfolgreich. Zumindest können wir jetzt das Wissen vermerken, dass sich auch hinter Atlas Khan nicht Belharion Mannings Flotte verbirgt. Wo auch immer er sein mag. Ich würde gerne in Betracht ziehen. Was habt ihr denn gesucht? Für mein Protokoll? Nun, Belharion Manning. Offensichtlich. Geht ihr immer so vor? Oh, wer ist denn der Mann? Fürs Protokoll. Geht ihr immer so vor? Er ist ein Sekretarius, den man uns zur Seite gestellt hat, um uns auf der Insel Jilas Khan zu orientieren. Äh. Gut. Nun, Sekretarius, wir gehen natürlich entsprechend der Situation vor. Und in der jetzigen Situation scheint es geboten, unsere Zeit bestmöglich zu verbringen, indem wir, wie ursprünglich vorgesehen, die heiligen Städten aufsuchen. Nun, dann weiß ich nicht, warum ihr schon Prajastank entfernt habt. Nun, weil wir in Sorge waren, dass Belharion Manning sich in der Umgebung aufhalten könnte. Aber, da wir ihn nicht gefunden haben, werden wir wohl sehen, ob er zu uns kommen wird. Denn Prajastank ist das offensichtliche Ziel für ihn. Denkt ihr nicht? Offensichtlich. In Atlas Khan und Janras Khan befindet sich doch nicht von Interesse. Das macht es zu einem umso besseren Ort, um sich zu verbergen. Wir werden eine Mannschaft an Land setzen. Ich schlage vor, ihr werdet mit ihr gehen. Nun, ich soll euch begleiten. Ihr seid die führenden Offiziere. Ich soll protokollieren, was ihr zu tun habt. Aber wir können gerne weitere Sekretäre anwerben. Daran soll es nicht mangeln. Oh, ihr wollt protokollieren, was wir tun? Das ist ja hervorragend. Rafim und ich wollten später nach unten gehen, zu unseren Trollsackern. Ihr müsst wissen, ich bin der Schoch-Sul. Und, ähm, dort werden wir ein wichtiges Ritual durchführen. Ja, ja. Das wird ganz fantastisch. Ich sage es euch. Rafim wollte heute aufs Geist einschwören. Nicht wahr, Rafim? Natürlich, natürlich. Ist sowieso vermerkt. Sehr schön, sehr schön. Dann kommt ihr mit. Da freue ich mich aber. Abelmir. Ja, was gibt es? Kanazetiana hat den Wunsch, sich in der Bücherei umzusehen. Ich schlage vor, du begleitest ihn und gehst ihm zur Hand. Und ich habe ein Auge auf ihn. Auch. Er hat bereits eine ganze Menge Dokumente ausgefüllt, um Zugang zur Bibliothek zu erhalten. Wenn ihr wollt, kann ich sie euch geben, Abelmir. Sie werden wohl nötig sein, fürchte ich. Nun, warum kann er diese Dokumente nicht selber tragen? Nun kann er, aber er dachte, man würde ihn nicht vorlassen und hat sie deswegen mir anvertraut, um, nun ja, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Und nun hofft ihr, dass ich diese Aufgabe für euch auch übernehme? Ich kann euch gerne beide in die Bibliothek begleiten, wenn ihr das vorzieht. Na gut. Dann gebt mir diese verdammten Dokumente. Ich bezweifle zwar, dass wir in einer Bibliothek einer Praios-Tempel etwas Vernünftiges finden werden, aber nun schauen wir einmal. Hey, Steuermann, lass anlegen. Ja, wir brauchen noch einige Zeit. Grobe eine halbe Stunde vielleicht. Nun, Sekretarius, wollt ihr euch nicht unter Deck begeben und, äh, Raphim und Beutax begleiten? Nun, wenn ihr Praios Dank besucht, werde ich euch begleiten. Immerhin bin ich dafür da, um eure Schritte dort zu begutachten. Dann seid ihr in einer halben Stunde an Deck. Werde ich sein. Kapitän, ich habe mich mit Hasswolf unterhalten und den Geschützmannschaften. Die sind bereit, sollten wir nicht auf dem Schiff sein und sie Mennings Flotte sichten, auf dieses Schiff nach ihrem besten Willen und Gewissen zu verteidigen. Na gut. Es stellt sich ja, dass dieses Schiff überlebt. Es ist unsere Möglichkeit, von dieser Ende wegzukommen. Zur Not sollen sie erst einmal einen Fluchtkurs setzen, weil es die Flotte überlegen ist, das Feind ist. Er weist sich die Position als unhaltbar. Sollen sie mit der Flotilie des Sonnenmarschalls aufschließen. Wir werden über Land einen Weg suchen. Hey, ich werde das in Hasswolf weiterleiten. Er ist ein fähiger Seemann. Solange er auf diesem Schiff ist, haben wir wahrscheinlich nichts zu befürchten. Und gut. Hol da am besten einmal diesen Kanitizianer her. Ich, Kapitän? Ich werde das übernehmen. Ich werde ihm gerne die frohe Botschaft überbringen, dass er nun doch noch die Gelegenheit haben wird, die Bibliothek zu besuchen. Und, äh, Flamin geht dann runter zu Kanitizianer. Ja, wenn du anklopfst und hereintrittst, kannst du sehen, dass er wohl vor einem großen Kessel steht. Und, ähm, auf dem Tisch neben ihm liegen allerlei, ähm, Säckchen mit viel gälteren. Es brodelt und blubbert. Ah, Zulamin, äh, schön, dass ihr hier seid. Sagt, äh, habt ihr noch ein, ein paar Kupfermünzen bei euch? Ich würde sie gerne tauschen gegen, gegen Silber oder gegen, äh, Gold. Alles, was Kupfer ist. Äh, äh, Kupfermünzen? Was tut ihr denn hier? Ich möchte einen neuen Spiegel gießen. Einen Spiegel? Und dafür braucht ihr Kupfer? Zumindest für den Rahmen, ja, ja. Nun, ihr wisst, dass man eigentlich geprägte Münzen nicht einschmelzen sollte, ja? Äh, ja, das ist, äh, selbstverständlich, äh... Nun, wir liegen unter Seerecht. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie, äh, wie man da verurteilt wird, aber, äh, nun, ich kann mich da aus Kupfer heran. Und, äh, mir ist natürlich auch bewusst, äh, dass es sich dabei nur um verschiedene Legierungen und, ähm, Gemische handelt, aber die kann man ja herausbekommen. Oh, oh, bitte macht euch deswegen keine Gedanken. Ich... Ich denke nicht, dass es jemanden interessieren wird. Oder... Guck Gott, es war einfach nur ein Projekt, äh, was ich gerade angefangen habe. Also, wenn ihr noch, äh, Kupfermünzen beispielsweise habt, dann... Ich hatte bei der Mannschaft schon angefangen zu sammeln. Sie hat mir ihre Heuer gegeben und ich hatte dann gegen Silber und Gold getauscht. Wofür braucht ihr einen Spiegel? Äh, äh, einfach ein neues Projekt, was ich angefangen habe. Ich habe Großes vor. Na, ihr sprach ja mit Yalan über irgendeine Lichtgeschichte, nicht wahr? Äh, korrekt, korrekt. Nun, jedenfalls, wir werden in einer halben Stunde wieder einen Preuersdank anlegen und... Nun, hoffentlich werdet ihr doch noch Gelegenheit bekommen, die Bibliothek zu besuchen. Oh, ja, ja, ich hatte ja schon bereits die ganzen Dokumente ausgefüllt. Die liegen hier schon bereit. Äh, wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde. Macht euch bereit. Ja, dann, äh, okay. Er betrachtet die Dokumente, dann wieder seinen Kessel, sein Blick geht hin und her und dann, ähm, ja, entscheidet er sich für die Dokumente und ordnet sie noch einmal. Ähm, die hatte er mir schon gegeben, die hatte ich mit nach oben genommen. Also es sei denn, er hat jetzt wieder andere Dokumente. Ich habe hier weitere geschrieben. Weitere Dokumente. Die kann ich noch dazu legen. Hier, bitteschön. Gut, gut. Dann in einer halben Stunde an Deck. Jaha. Ja, tschau. Frage. Der, der... Sorry, Sekretarius war jetzt in Bortax und Rafin gegangen, ja? Nein, der bleibt oben an Deck stehen. Der interessiert sich nicht für die Machenschaften von den Frevelern. Gut. Gut. Okay, alles klar. Ja, die Zeit vergeht. Captain? Ja? Auf meinem Ort. Na gut, kommt mit. Ja. Nein, ich... Ich kann auch einfach gehen, Kapitän. Nein. Achte auf das Steuer. Ja. So, da sind wir. Ich dachte... Der Kapitän Xayyutip. Also, was ist? Wenn ihr sowieso in der Bibliothek seid, seht euch nach über etwas über unsere Nachforschung vorantreiben könnt, ja? Natürlich. Habt ihr etwas Spezielles im Sinn? Wo genau das Vermächtnis des Preisslob liegt, zum Beispiel? Nun, unser Alchemist versichert uns, dass das Vermächtnis wohl in seinem Grab ist. Dann findet heraus, wo dies ist. Er sagt uns schon, wo das ist. Es ist im Grab. Und wo ist dies? Und das Grab ist unter dem Tempel des Preises. Der Tempel ist groß, aber mehr. Nun, ich vermute mal, die Gruft wird zu finden sein. Lass du den Spezieleingang sein. Ich habe dich nicht zum Vermuten hier, sondern zum Wissen. Mäßig bitte eurem Tun. Nun, wir werden diese Gruft schon finden. Die Wahrheitssuche ist nicht auf vielleicht und Verdacht aufgebaut, Abelmir. Das ist richtig, aber nun, wir werden sehen, ob ich etwas finde oder nicht. Vielleicht sind mir die Götter gewogen. Ist es sonst noch etwas? Nein. Und verschränkt die Arme hinter dem Rücken und starrt aus dem Heckfenster. Abelmir im Verlauf des letzten Tages erstrahlt immer noch dieses grässliche, schmerzhafte Weiße aus. Diese Aura, die ihn umgibt, die man nicht richtig sehen kann, aber man spürt sie. Diese kalte Wärme, die von ihm ausgeht. Aber seine Augen haben sich mittlerweile verfärbt. Bernd Stein kannst du in seinen Augen erkennen. Nun, wenn ich mich entschuldigen würde... Selbstverständlich. Anker werfen! Er wird dann weggebracht. Sehr wohl. Es gibt ein großes Rattern durch das Schiff und eine mächtige Kette, die sich nach unten durch das Wasser pflügt. Da ist die Ballbote zu Wasser! Bestande, Ballbote! Wenig später, versammeln wir uns dann wohl nicht alle oben. Nun gut, ich erwarte euch nicht später als heute Abend wieder an Bord. Ihr wollt nicht mitkommen? Nicht zum derzeitigen Zeitpunkt. Nun gut. Sule, Sulamin, wo ist dieser verdammte Alchemist? Ich komme schon, da bin ich verzeiht. Ich hatte noch ein paar Flecken Kupfer auf meiner Schürze, die musste noch einmal gereinigt werden. Ich frage besser nicht nach, was ihr dort unten treibt. Ein neues Projekt. Der Sekretarius steht bei uns am Deck, oder? Der Sekretarius steht an der Reling und würde dann gemeinsam mit euch runter treten, ja. Nun, Sekretarius, wenn wir an Land sind, führt uns am schnellsten Wege zur Bibliothek. Nun, das kann ich selbstverständlich tun. Habt ihr denn die erforderlichen Dokumente? Natürlich, hier. Ich drücke ihn zum ganzen Stapel, wahrscheinlich in die Hand. Ja, der begutachtet die, scheint zu nicken und fängt dann an, sich das erste durchzulesen, während er dann einmal den Zwicker aufsetzt und mit der anderen Hand dann noch nach unten steigt in das Beiboot, was natürlich ein bisschen bedrohlich schwankt, aber er hat auch keinen Bedarf jetzt gerade selbst zu rudern. Er soll ja nur beobachten und liest derweil die Dokumente. Wort für Wort. Nun, wer will mich dann begleiten? Boah, naja, wenn du so fragst, komme ich natürlich mit. Das wird bestimmt lustig. Ha, ha, ha. Nun ja, ein preises Tempel ist kein Buch der Freude und der Heiterkeit. Das stimmt. Ein Bohron-Tempel auch nicht. Aber ich, äh, penne mich ja ein bisschen mit Lesen aus und so. Ha, erinnert euch, als ich das mylanische Pendel gefunden habe. Ha, wer war das? Voltax natürlich. Nun ja, wenn ich mich recht erinnere, wurde es euch übergeben, nicht wahr? Na ja, ich habe den Hinweis auf dieses Pendel gefunden. Ähm, gewissermaßen. Gewissermaßen. Nun, ich erwarte mir hinterher keine Vorwürfe für dich anhören zu müssen. Ach, als ob. Ich begleite euch ebenfalls gerne. Und, äh, Zulamin setzt den schwarzen Kater, den sie auf dem Arm hatte, an Deck ab. Äh, hat jemand Raphim gesehen? Na, eben war er noch unten. Äh, ja, 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 da bin ich ja schon. Und, äh, ich bin auch nicht zu spät. Ihr seid alle zu früh. Ha, so kann man viel auch betrachten, Raphim. Äh, ja, ja, ich bin mir ganz sicher. Äh, was machen wir? Ich brauche euch und Diamant ist hier. Ja gut. Wir gehen in die Bibliothek. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mehr Spaß mit Yalan? Ich bin nicht sicher. Äh, ja. Ach, ja. Das stimmt. Ich höre Raphim meinen sorgenvollen Blick zu. Ich beuge mich dann noch einmal zum Kapitän ein wenig rüber mit halbblatter Stimme. Ist das irgendeine Art Finte, von der ich nicht mitbekommen habe? Wollt ihr den Sekretarius nur loswerden? Äh, nein, es ist wohl keine Finte. Yalan will wohl an Bord bleiben. Ach, ihr wollt den Sekretarius loswerden, flüstere ich, ähm, den beiden zu. Ich könnte das bewerkstelligen. Ich könnte ihn einschlafen lassen. Nun, vielleicht reicht es, wenn er uns nur begleitet. Na gut, äh, ihr seid der Kapitän, nicht wahr? In der Tat, in der Tat. Das wird oft vergessen hier an Bord. Äh, ja. Wisst ihr, Abelmir, das liegt nicht an eurer mangelnden Autorität oder so, aber für mich seid ihr einfach in erster Linie der Schwarzmagier und, ja, kein profaner Seemann und sei es ein Kapitän. Nun, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder eine Beleidung, aber ich nehme es als Kompliment hin. Ich würde sagen, außerdem bist du so klein. Nun, ja, die Statue hat wohl nichts mit einer Autorität zu tun. Na, das sind die Trollsack aber anders. Nun, ja, was ihnen an, äh, nun, ja, Ausstrahlung fehlt, machen sie durch Körperlichkeit weg. Oh, sie haben ganz viel Ausstrahlung. Ausdünstung. Der Hut steht euch übrigens auch nicht besonders, wenn ich das mal anmerken darf. Nun, sind wir hier über, äh, modische Details zu sprechen oder überzusetzen? Habt ihr schon mal über ein Monokel nachgedacht, Abelmir? Ich glaube, das würde euch fantastisch stehen. Nein, mein Augenlicht ist noch hervorragend. Ja, aber das, äh, ein, ein Accessoire. Hm? Und ein gezwirbelter, gekäuselter Bart. Hm? Ihr solltet viel mehr auf eurem Bart achten. Nun, ich ziehe mich so an, wie es einem Horasier gebührt. Das ist der letzte Schrei im Horas-Reich, hm? Das, das sagt ihr. Ja. Ihr kommt nicht aus dem Horas-Reich. Aber ich habe in Belhanka gelehrt. Ah, da war das... Wie lange ist es wohl her? Zehn Jahre? Zehn oder zwanzig Götterläufe? Es waren drei. Nun ja, die Moden sind sehr vergänglich. Mhm, aber ein Bart ist für die Ewigkeit. Schaut euch mal hin an. Ah. Ah. Nun ja, wie gesagt, ich bin kein Zweig. Nun wollen wir den Sekretariums nicht warten lassen. Gut, dann steigen wir ins Ballboot. So steigt ihr nach unten. Wer wird jetzt alles oben? Ja, dann brafim und der Mattes. Grafim und der Mattes. Also 3 und 3. Gut. Ihr könnt euch abstoßen. Gemeinsam mit Kanesetiana seid ihr an Bord und dem Sekretariums. Natürlich werden wir auch an Landrudern, sobald die außer Sichtweite sind. Das Boot stößt sich ab. Ihr könnt sehen, wie Sulamin die Ruder ergreift. Und Voltax. Aber mir... Es sieht nicht ganz so grazil aus. Auch Kanesetiana gibt sich keine Anstalten. Ihr dürft gerne mal eine Bootefahrenprobe würfeln. Ich dachte eigentlich, wir haben jetzt noch zwei Siemen dabei. Alles klar, gut. Ja, die sollt ihr natürlich bekommen. Ich dachte, ihr werdet sonst alleine. Aber klar, die bekommt ihr dann auch. Äh... Wir wissen doch, dass wir die nicht anlassen. Also nicht, dass ich mich drücken möchte. Aber ich sehe Sulamin einfach nicht freiwillig, wenn wir Personal haben. Ja, nein. Das ist völlig okay. Aber ich meine, sonst hätten das Diamante-Sontrafim übernommen. Aber wenn die eben selber hier bleiben, dann... Dann halt nicht. Ähm... Ja, es dauert einige Zeit. Aber die beiden, ähm... Ja, Seeleute können euch dann natürlich nach drüben bringen. Ungefähr 15 Minuten seid ihr dann auf dem Ruderboot unterwegs. Und als ihr dann an dem sandigen Hafen anlandet, könnt ihr euch noch einmal umdrehen, zur Drachentöter blicken und erkennen, wie dort ein zweites Ballboot runtergelassen wird. Ich lenke den Sekretarius ab. Passt bitte auf mit den Dokumenten. Es muss keine Zetianer Stunden gekostet haben, sie auszufüllen. Äh, nun, ihr solltet keine Angst haben. Ich weiß schon, wie man mit Papieren umgeht. Ich bin Sekretarius. Oh, aber ist das nicht pergament? Natürlich, aber ihr seid nicht so oft auf Schiffen, nicht wahr? Äh, nein, das mag zwar richtig sein. Aber Jilaskhan und vor allem Prajos dank Insel und Hafen. Da kommt man schon in Berührung mit dem Wasser und mit dem Sande. Also, den Sonnenhügel nach oben, dort. Nun gut, geht voran. Ihr kennt den Weg am besten. Nein, ich bin der Sekretarius. Ich werde euch begleiten und nicht anführen. Nun gut, dann gehe ich voran. Ich bin schon sehr gespannt auf die heiligen Schuften, die wir dort zu Gesicht bekommen werden. Quiss, haben Sie eine große Sammlung an heiligen Legenden? Oh, habt ihr einige schöne Steintafeln? Nun, wir haben eine ganze Menge. Schriften, Steintafeln, sogar einige Sachen aus Leder. Oh, das klingt sehr verführerisch. Ich werde mich zuerst mit den Steintafeln auseinandersetzen. Dürfte ich fragen, wann eure Aufzeichnungen beginnen hier? Sie haben bereits begonnen. Nun, ich dachte mir an die Schriften. Welches Datum? Wann wurde die erste Aufzeichnung in diesem Tempel hinterlegt? Nun, wir haben Sachen aus der Gründerzeit hier, als auch zu Zeiten der Priesterkaiser. Wir haben Sachen zu dem Fall von Bosparan hier. Teilweise sogar Dinge aus den dunklen Zeiten. Interessant. Ihr habt also einige Schriften mitgenommen aus Garret? Selbstverständlich. Sie gehören schließlich der Kirche. Also uns. Natürlich. Aber es war nicht zu vermuten, dass ihr nun ja gewisse Schriften mitführen dürft. Nun, wir haben damals die Regierung gestellt. Das Kaisertum. Dementsprechend gab es nichts, was unserem Blicke verborgen bleiben durfte. Ihr wart damals Kaiser? Das wusste ich gar nicht. Die Priesterkaiser. Zwerg. Ja. Hey. Diese Zeit ist nun vorbei. Aber, nun, wir werden einen Blick halten in die Registratur, um einen Überblick zu erhalten. Während ihr den Sonnenhügel nach oben geht, zu der gleißenden, ja, Kathedrale ist es nicht, aber schon eine sehr große Kirche. Da könnt ihr sehen, wie das eine oder andere Fischerkind am Rande der Hütten sitzt. Gemeinsam haben sie eben gespielt mit irgendwelchen Muscheln und Netzen. Und jetzt zeigen sie allesamt auf Boltax. Tuscheln ein bisschen. Könnt auch noch sehen, wie sie dann wieder zurück in den Dschungel laufen. Irgendwelche anderen Holzfällerkinder dabei holen. Oder einfach generell viele Leute, die jetzt Boltax anstarren. Ja, ich würde denen freundlich zunicken, zuwinken. Oh, einen schönen guten Tag. Alles zum Gruße. Wie geht es Ihnen? Alles gut. Hier, mein Kind, nimm dieses Holzpferd. Das hat ein guter Freund von mir gebastelt. Bist du behindert? Nein. Ich bin ein Zwerg. Was soll man nicht sagen? Sie sind kleinwüchsig. Nein, ich bin recht groß für mein Volk. Ihr habt noch nie ein Zwerg gesehen, oder? Das soll man nicht sagen, hat Papa gesagt. Kleinwüchsig soll man sagen. Was? Man darf auch nicht behindert sagen. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber... Also... Das ist radikal eingeschränkter. Ja. Er ist kein Mensch, Kinder. Er gehört dem Volk Ingrims an. Ja. Genau. Oh, ihr kennt Angrosch nicht. Wunderbar. Nun, also, ihr kennt doch die zwölf Götter nicht wahr. Äh, wie kennt Pryos? Ja, Pryos ist einer von zwölfen. Und Angrosch, also Ingrim, wie ihn die Menschen kennen, ist ein anderer. Der ist ebenso mächtig wie Pryos. Der ist für das Schmieden zuständig und für das Herstellen von Waffen und für das Feuer. Ja. Und all diese Götter, ähm, sie sind die Kinder von Sumo. Und ich bin ein Priester von Sumo. Ja, sehr gerne. Also... Nun, ähm... Ey, Voltax, wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter. Und da wollen... Die Kinder wollen über Sumo erfahren. Und dann bleib doch hier und erzählt ihnen von Sumo. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, nun, liebe Kinder. Also, begab sich, dass es am Anfang der Zeit... Nun, ich weiß nicht genau, habt ihr eine Vorstellung, was Zeit eigentlich ist? Äh, ja, hell-dunkel. Genau. Und am Anfang von allem, noch bevor es hell oder dunkel gab, da gab es Sumo. Und Sumo hatte Kinder, zum Beispiel Pryos oder Ingrim. Also, die sind auch Kinder. Genau. Und Pryos und Ingrim und Pryne und wie sie halt alle heißen Bohren und so. Na, der ist für das Dunkel zuständig. An so vielen Namen, die können wir uns alle gar nicht merken. Ähm, könnt ihr lesen und schreiben, dann schreibe ich euch die Namen auf. Ja, natürlich können wir lesen und schreiben. Das ist gut. Ähm, kommt dann... Ähm, ich habe hier noch irgendwo einen Federkiel. Na, also, der erste... Gehen die anderen weiter oder bleibt ihr stehen? Wie geht weiter? Okay. Okay. Solamente auch? Ihr lasst den alleine? Ihr wolltet es blau. Das ist nicht die Frage, die ich erstelle, aber ich bin nicht da. Ja, wenn ihr... Ja, erzähl. Ähm, ich denke, ich gehe mit Abelmeer. Okay. Der Sekretarius, mit der Bildung ist es hier anscheinend nicht besonders weit, wenn Sie nicht einmal einen Angroschur kennen. Nun, warum auch? Zwerge gibt es in der Literatur, aber wir grassieren keine. Zwerge auf Maraskan, habt ihr das schon einmal von gehört? Warum sollten wir Ihnen also solche Flausen in den Kopf setzen? Dann könnten wir Ihnen ja auch gleich von Thorvaland erzählen. Es erstaunt mich vielmehr, dass den Kindern nicht einmal die zwölf göttlichen Geschwister bekannt sind. So jung erschienen sie mir nun wirklich nicht.